Hallo liebe Leute und herzlich Willkommen zurück im Resort und schon wieder mit MyKondo. Hallo? Du musst doch jetzt sagen und mit Mulenya. Nein, das ist doch verkehrt rum. Ja, aber warum nicht mal anders? Ne, anders ist doof. Okay, hallo und herzlich Willkommen zurück im Resort mit Mulenya. Und MyKondo. Ja. So geht das. Ja, so geht das. Ich muss auch Slapis nach hinten bringen. Okay, ich bringe Slapis nach hinten. Warte mal, wieso denn nach hinten? Hier ist doch Slapis oder nicht? Ja, aber ich habe hier hinten am Verzaubertisch haben wir Slapis und Bücher. Damit man hier auch das Zeug gleich zur Hand hat. Verstehst du? Okay, okay, okay. So, ich gehe jetzt aberrn. Da kann ich auch gleich den, ich komme mit, den stark beschädigten Amboss wieder hier hinstellen. Also da hinstellen. Ja, stell den mal da hin. So, ich komme eben mit, ein bisschen was aberrnten. Ja. Erstmal gehe ich nach Kaktusen gucken. Kaktushausen? Mhm. Ja, ich mache Zuckerrohr. Okay. Zuckerrohr. Wow, da ist viel drin. Viel Kaktus? Ja, halbe Truhe voll. Ach siehste, da kann ich gleich, kannst du, ähm, nee, ist egal, mach erstmal. Okay. Ich gehöre mich da gleich drüben. Ich will nochmal eben nach oben gehen und den Hanf holen. Ah, okay. Den würde ich gerne hier unten mit reinpacken. Mhm. Dass wir da auf jeden Fall eine Reihe beim Zuckerrohr vielleicht freimachen, wo wir dann einfach eine Reihe Hanf irgendwie anpflanzen. Weil der muss auch so ans Wasser. Ich weiß nur nicht, ob der, ähm, aberntbar ist, indem man das obere nur abschlägt. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ah, okay. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Ich weiß. Das letzte Mal, als ich gucken wollte, war der noch nicht so weit. Ich weiß gerade gar nicht, wie das überhaupt mal aussieht, das Zeug. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt schon gesehen hast. Oh, ich hab, ich seh gerade, ich hab die, ich seh besser aus, mod nicht an. Ich mach die mal an, da hab ich die im letzten Part auch nicht angehabt. Na sowas. Ja, das kommt. Da sah, da sah das Minecraft ja, das Resort im letzten Part ja scheiße aus. Ja. Das, das Ding ist, ich glaube nicht, dass man die oben abschlagen kann. Nee. Ach, das ist das? Ja. Nee, das, das... Ich krieg auch nur die gleichen raus, das ist gar nicht gewachsen. Hä, ich hol gleich mal Knoppen, probier das mal aus. Ähm, ja. Ja, diese, diese Mod ist ja ganz nett. Ich find die total klasse. Ich finde, das sieht auch immer echt gut aus. Mhm. Aber so manchmal ruckelt das ganz schön, wenn man die drinnen hat. Also zumindest, wenn man dann nebenher noch Videos renderer hat und noch was anderes anhat, dann geht das schon sehr auf die Performance. Deswegen mach ich die ab und an aus und dann vergesse ich die. Ach ja, wer hätte das gedacht, dass das auf die Performance geht, wenn du nebenher Videos renderst. Ja, und wenn ich dann eben noch, ne, ich das anhabe, dann ruckelt das extrem, wenn ich mit Bäume zu tun habe. Mhm. Und das ist dann schon ein bisschen doof. Ein bisschen doof. Ja, aber nur ein bisschen. Naja. Sonst mag ich die Mod ganz gerne. Also wirklich gerne. Sieht schon komisch aus, wenn man sie nicht anhat. Mhm. Ah ja, guck mal. Wenn die ganz ausgewachsen sind, dann kann man tatsächlich nur das obere abschlagen. Ah, okay, war noch nicht lang genug. Nee. Ja gut, dann gucke ich, dass wir hier auf jeden Fall die zwei Reihen hier, die ersten Zuckerrohrreihen damit vollkriegen, oder? Ist gut. Ja, mach das. Das können wir zwar nicht, äh, noch nicht abgeben an der Bank, aber das kann man ja noch mal ändern. Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Man muss ja nicht alles abgeben können. Naja, okay, aber dann brauchte man ja auch nicht so viel von dem Hanf wahrscheinlich, ne? Wofür brauchst du das? Äh, für Zelte und so. Nein, so viel braucht man davon eigentlich nicht, aber ich würde sagen, wir gucken dann, dass man das auch abgeben kann. Ja, eben, das meinte ich ja, ne? Weil sonst, wie gesagt, was sollst du sonst mit so viel Zeug, dass du eine ganze Reihe voll machst, oder zwei Reihen? Wenn man das sowieso nicht, ähm, sowieso nicht abgeben kann. Ja, hast recht, ne? Fügen wir noch hinzu in die Bank. Ich nehme Wünsche entgegen, ich werke ja momentan sowieso viel. Ja. Mit wer endlich auf die neue Map können. Ähm, muss das da nicht wieder reinfallen hier so, der Dings? Äh, ja, rechtsklick. Ach so, ja, das war ja so rum. Ja, 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 passiert mir so. Das ist mir das letzte Mal auch für Sierra York-Lazone, ne? Was ist denn bitte hier los? Ich habe es faire gestern, ich habe es faire gestern. Tü, 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 tü. Der Hanf braucht aber so zum Wachsen, also bräuchte der ganz schön lang, ne? Huch, wenn man das so sieht, also es ist so ein kleiner Setzling, dann wird der größer, dann ist der eins und dann erst zwei. Also, du brauchst wahrscheinlich schon, wenn man den einfach nur so hinstellt, schon eine ganze Weile. Du machst das jetzt mit Dings oder was? Mit Knochenweh, ja, ja, ich versuche gleich die beiden Reihen vollzukriegen. Und, äh, Emi freut sich, wenn sie Hanf hat, weil die, ähm, braucht das ja für das, ähm, na, für den Campingplatz, den sie da machen, da kommt sie ja auch nicht voran. Mhm. Oh man, da gehen die ganzen Knochen dahin. Tja, so schnell sind sie wieder weg. Ja. Aber ein bisschen was habe ich ja schon geschafft. Ich habe, glaube ich, gerade beim Weizen was abgehauen. Wieso? Ja, ich habe darüber gehauen. Oh, jetzt habe ich hier das auch weggehauen, toll. Ach egal, dann soll es doch alleine wachsen. Ja, du... Das ist jetzt, die Hälfte haben wir ja schon. Du hattest beim Weizen was weggehauen, aber... Das ist ja nicht so schlimm. Ich fange dann jetzt bei, ähm, äh, Kürbissen an. Mhm. Oh, da habe ich auch was weggehauen. Was ist denn los heute? Vielleicht sollte ich es lassen. Ja, manchmal, äh, manchmal hat man zwei linke Hände. Ja, das ist ja. Ich glaube, ich habe drei. Wo das bei mir als Linkshänder gar nicht schlecht wäre. Manchmal. Also ich bräuchte jetzt, äh, noch eine gute, ähm, Axt. Also so eine richtig gute Axt. Und dann wäre ich wieder, ähm, werkzeugtechnisch super gut ausgerüstet. Mhm. Naja, es war ja auch dumm gelaufen, dass das dann eben weg war durch diese Fehler. Naja, das blöde ist halt, das kann immer wieder passieren. Naja, klar. Also solange die neue Map nicht da ist, auf jeden Fall. Gut, Fehler können natürlich immer passieren, gar keine Frage, aber... Ja. Aber hier ist das schon wahrscheinlicher. Ja. Also wir sollten dann auf jeden Fall gucken, dass wir die nächste Zeit ordentlich abernten und dann vielleicht auch, ähm, eben zur Bank schon und eintauschen und so. Mhm. Das brauchen wir ja nicht innerhalb des Parts machen, das könnte man ja auch außerhalb machen. Ja, natürlich. Und wenn man die Sachen eintauscht. Das dauert ja schon eine Weile. Ja, ich muss aber sagen, manchmal, äh, hab ich ja auch durchaus nicht allzu viel zu tun und da kann ich sowas auch immer mal während des Parts machen. Genau. Das ist also... Ja, ich würde jetzt auch nur noch die, na, rote Beete machen und dann auch nach oben verschwinden wieder. Mhm. Weil ich ja mich um die Baumfarm kümmern wollte. Richtig. Das ist ja, man will sich immer um irgendwelche Sachen kümmern und, äh, man macht's dann doch am Ende nicht. Ja. Hier müsste auch noch der Teppich fertig aufs Wasser gemacht werden, ne? Ja, 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 ja. Du weißt ja, Baustellen an Baustellen an Baustelle. Schlimm, schlimm. Aber das sind durchaus so Aufgaben für dich. Ja, ganz genau. So. Ich find die, die Reap-Mod find ich klasse. Ach, jetzt, ich wollt mich noch um die andere Mod kümmern. Äh, ich glaub, Fast Leaf Decay heißt das. Da sind die, dann die, ähm, Blätter, die spawnen schnell wohl oder fallen gleich mit ab. Das weiß ich noch nicht genau. Muss ich nur mal gucken. Ich vergesse sowas doch immer. Und wenn wir jetzt eine Baumfarm bauen, dann ist das, glaub ich, ganz praktisch, wenn die, ähm, Blätter auch gleich weg sind. Ja, natürlich. Mhm. So. Das wär auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Ja. So viel abgeerntet haben wir ja schon lange nicht mehr. Nö, da sind wir fast durch einmal, ne? Mhm. Ja, jetzt dauert das auch eine Weile, bis das wieder alles da ist. Wo es geht eigentlich, so lang ist das gar nicht. Also, es ist relativ schnell, dass das wieder alles weg kommt. Also mir kommt das sowieso nicht so lange vor, da ich ja nicht bei jedem Part dabei bin. Immer dann, wenn ich das nächste Mal wieder mit aufnehme, ist eigentlich wieder alles vollgewachsen. Ja, das stimmt. Das ist schon, äh, ganz nett eigentlich. Ach, jetzt hab ich keinen Platz mehr. Ich muss den Rucksack schmeißen. Weil ich hab ja natürlich jetzt die Karotten auch noch gemacht und nicht nur die rote Beete. Ich finde, man kann da immer nicht aufhören mit. Mhm. Das ist, äh, ja. So. Dann kannst du jetzt, wenn du möchtest, entweder mitkommen zur Baumfarm oder du tauscht ein. Oh, ich könnte schon mal ein bisschen was eintauschen gehen. Und guck mir danach die Baumfarme an oder zumindest das, was du da dann schon bis dahin gemacht hast. Ja, ich muss mal gucken. Ich hab schon so eine Idee, wo die hin soll. Mhm. Und auch schon eine Idee, wie sie, ähm, aussehen soll. Okay. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Tja, ich brauch erst mal, ich nehm mir erst mal grobe Erde mit. Beziehungsweise mache mir grobe Erde. Ach, verdammt, nein. Ich brauch den da. Ach, das war irgendwie überkreuzt. Wie war das noch? Verdammt. Weißt du noch, wie grobe Erde ging? Nö, nee. So. Doch, ich weiß es noch. Ich hatte nur irgendwie die falsche Aufteilung. Okay. Jetzt will ich mal eben schnell gucken, ob das da hinpasst, wo ich es hinhaben möchte. Fällt gerade ein, ich muss jetzt ja erstmal mein Zeug noch wegbringen, mein Werkzeug. Mhm. Und meine Truhe. Weil sonst fehlen mir ja ein paar Inventarplätze, ne? Ja, ja. Das wäre ja schon ein bisschen doof. Du kannst da Muli mitnehmen. Ja. Wobei wir dir auch mal einen neuen Johnny machen müssten, ne? Ja. Dem, ihr den ja verloren habt. Emi hat den verloren, nicht ich? Ach, Emi hat den verloren. Muss ich wohl nochmal mit dir schimpfen. Ja. Aber du kannst dir gerne Muli mitnehmen, aber Muli ist vollgepackt. Es ist Emi hier Zeug drin, ne? Na toll. Ja. Ich höre immer nur Emi. Ja. Emi hat dies, Emi hat das. Mhm. Schrecklich, ne? Ja. Es ist nicht auszuhalten. Absolut nicht. Ach, hier genau, hier kam noch die Idee mit den Dingsneterstufen oben drauf zu packen. Boah, da ist ja echt alles voll. Hier sind noch 21 Pekunias drin. Ja. Das Holz kannst du rausnehmen, das habe ich da reingeschmissen. Hier ist ein Messer drin noch. Das kannst du mit abgeben. Hat sie sich das nicht ins Inventar gepackt? Äh, ne, da ist auch ihre Hacke drin, die sie doch vermisst. Emi ist Topmodel Spitzhacke. Ja, da ist sie. Jawohl, jetzt ist meine Spitzhacke. Oh. Also hier würde ich ganz gerne die Baumfarmen machen. Hier soll der Weg ja, der Weg weitergehen. Können wir grad mal gucken. Die hat hier einen Knochenblock drin, ne? Ja, die haben wir doch gekauft. Das ist das, wo wir die Rechnung noch für bezahlen müssen. Ach so, ja, logisch, klar. Äh, 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 was ist denn ein Tentpack? Ach, ist das ein Dings? Ist das ein, äh, wie heißt das denn, ein Hering, oder was? Äh, ja, genau. Fürs Zähl, für das Zähl. So, die Pekunias nehme ich auch gleich mit raus. Ja, die kannst du, ähm. Kannst du alles dann in die Werkbank oben reinmachen? Die Rechnung würde ich dann bezahlen. Das würde ich gerne in der Aufnahme machen. Ja, ja, na klar. Das, äh, machen wir alles. Ähm, wo soll ich Emmys Sachen hinpacken? Ähm, sie hat hinten im, im Raum auch eine Kiste. Ach ja, klar, logisch. Ja, ja, klar. Bei den, äh, bei den, ähm, Rüstungsdingern und so. Genau, genau. Ich fange mal ein bisschen auf. Guck mal, bei ihr war das die, die goldene Rüstung. Richtig? Äh, ja, da, wo lila ne Schuhe sind. Ah ja, ja, lila ne Schuhe, okay. Ähm, also. Diamantschwert war meins. Das ist Emmys, das ist Emmys, das ist Emmys, das auch. Das Holz sollte ich wegräumen. Ja, das passt da nicht mehr rein. Das kannst du eigentlich auch mal mitnehmen und umtauschen. Also zumindest ein bisschen was. Das Tropenholz? Ja, genau. Da habe ich ja so mega viel, als wir das Ding gemacht haben hier. Das Gehege. Mhm. Vielleicht ist das doch ihr Schwert, ich bin mir gerade nicht sicher, ich packe das bei ihr mit rein. So, okay, dann muss ich jetzt noch, äh, das, äh, die Pecunias wieder wegbringen. Hier nochmal noch das Eisen mit raus. Das habe ich denn jetzt hier genannt, ja? Ich brauche ja ewig viele Vorbereitungen, bevor ich überhaupt wegkomme. Ja, ach ja, das kennt man ja. Ich schaffe ja in diesem Part gar nicht mehr. So. Das kennt man ja. Okay, das hätte ich, das hätte ich jetzt keine Nummer einsammeln. Johnny ist schon, äh, Moody ist schon voll. Hier. Mal schaufeln. So, dann kann man nämlich hier schön, arg, was soll denn das immer schön gerade abschließen? So. Okay, ähm, hier machen wir was hin? Dann würde ich sagen, fangen wir an mit, na, Eichen, ne? Eichen. Eichen, Eichen, zwei. Reichen, Eichen. Reichen, Eichen, zwei Abstände, ne? Eichen, Reichen. So, ich bin doch fertig geworden. Muss ich nur noch zum Händler. Eichen, Reichen. Eichen, Reichen, jaja. Eichen sind ja sehr genügsam, was das Wachsen angeht. Die wachsen ja eigentlich überall. Mhm. Ich wollte die eigentlich gar nicht auf grobe Erde packen. Ich wollte die grobe Erde eigentlich umzumachen, aber ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich die auf grobe Erde wachsen lasse, ob das überhaupt geht. Jetzt muss ich erst mal Dings holen. Ähm, Setzlinge und so, um zu gucken, ob das überhaupt geht. Ich weiß nicht, kann man Bäume auf grobe Erde platzieren? Du kannst ja Fragen fragen, das weiß ich nicht. Also ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass das geht. Weil es wäre schon schön, wenn man eben Erde hat, die nicht überwächst, damit man eben sieht, wo man dann die Bäume... Wo die Baum warm ist. Genau, nein, wo die Bäume auch wieder hingesetzt werden sollen. Ach so. Ach so, du meinst nur die eine Stelle? Genau. Nur die Stelle oder wo die Bäume halt draufstehen? Genau. Ach so. Man könnte es natürlich eins höher machen oder so oder halt um zu... Ähm, ich wollte halt eigentlich die Bäume hinstellen, um zu grobe Erde machen, aber dann sieht das aus, als wenn die auf einer großen Matschfläche stehen. Ich glaube, es sieht schöner aus, wenn die auf einer Wiese stehen. Ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, naja. So, jetzt hole ich mir erst mal ein paar Setzlinge. Das können wir wegmachen. So, da wären wir schon mal. Ähm... Haben wir. Dann Birke. Ich weiß nicht, ob das überpasst. Was haben wir denn noch? Ach hier, Akazia. Ich glaube, da haben wir gar nicht so viele Setzlinge. Doch, haben wir. Oh, schön. Schwarzeiche. Ich glaube, es ist 16, genau. Da. Und das. Da machen wir auch große draus. Okay. Und, ähm... Ich glaube, jetzt habe ich alle Bäumenarten. Bäumenarten? Alle Bäumenarten. Wir haben Eiche, Birke, Akazie, Schwarzeiche, Trofe und Fichte. Also sechs verschiedene Baumsäulen. Ja, dann ist alles gut. Dann ist alles richtig, würde ich sagen. So, ich habe jetzt 39 Pekunias. Ach, verdammt. Ich habe vergessen, Muli auszuräumen. Ah ja. Da kommen also noch ein paar dazu. Das ist gut. Das ist ja schon mal gut. Wenigstens ein bisschen was, ne? Ja, so nach und nach müssen wir da mal gucken. Ich werde auch dann tatsächlich, denke ich, Eier einfügen, dass man Eier abgeben kann. Okay. Dass wir dann, äh, zwar nicht 16 oder, wie viel sind, 2 Stacks? 16 plus 16 sind? 32. 32, genau. Äh, das finde ich für ein Pekunier einfach zu... Zu wenig. Zu wenig Eier. Dass man irgendwie macht, dass man halt einen halben Pekunier dafür kriegt oder sowas. Mhm. Muss man mal schauen. Ähm, was wollte ich mal sagen? Was wollte ich mal sagen? So, ich hatte ganz vergessen, dass ich ja noch einen Rucksack habe. Den kann ich auch noch voll schmeißen. Äh, ja. Das habe ich völlig vergessen, das heißt, ich hätte noch viel mehr mitnehmen können. Ah, guck mal, das fehlt. Also ich kann den auf jeden Fall platzieren. Der wächst auch. Ah, schön, das funktioniert. Funktioniert? Ja. Ich weiß nur nicht, ob die alleine wachsen dann hier. Aber es sollte eigentlich vom Abstand her kein Problem sein. Aber es ist ja auch permanent Nacht von dem, da kann ja nichts wachsen. Es ist permanent Nacht? Ja. Warum ist permanent Nacht? Weil ich das Gefühl habe, es ist immer dunkel. Ja, es sollte jetzt aber bald die Nacht zu Ende sein. Das hoffe ich. So, der Mond senkt sich langsam gen Horizont. Okay. Okay. So. Nee, hier dann nicht mehr. Das wäre genau. Vier, würde ich sagen, lassen wir vier frei. Oder lassen wir fünf frei. Nee, vier. Sonst wird das zu viel. Und dann machen wir hier die... Äh, Dings hin. Jürgen. Genau. So, dann bring ich die Pikunias nochmal nach unten. Und dann komme ich eben bei dir gucken. Wie kann man da nochmal reingucken? Achso. Naja, 117 Pikunias. Warum sind denn da auch andere Sachen drin? Weil das ein Vierer ist. Ein Viererschrank. Ach, das war es oben. Ah, ja, ja, ja. Ja, mhm. Ein Vier. Schon gut, schon gut, schon gut. Ich habe es kapiert. Dann ist es ja gut. Ja, das finde ich auch. So, hier haben wir noch ein paar Setzlinge. Und da hinten noch ein bisschen hinpacken. Und eins, zwei. So, jetzt komme ich zu dir. Okay. Das Ganze mal anzuschauen. Beim nächsten Mal oder so kann ich dann ja nochmal wieder Sachen wegbringen. Mhm. Mich nochmal darum kümmern. Aberrnden, Sachen wegbringen oder so. Und dann kann ich mich wieder um das Malkontob kümmern. Ja, genau. Über das Malkontob oder habe ich gesagt um das Malkontob? Äh, ja. Du hast irgendwas gesagt. Ich befürchte fast, ich habe gesagt, ich kann mich über das Malkontob kümmern. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich denke aber, jeder weiß, was ich gemeint hatte. Wo baust du das denn hin? Hinter den Kühen. Achso. Die Richtung. Ich glaube, hier müssen wir feiner fünf freilassen. Zwischen den Riesenbäumen, ne? Ich weiß nicht. Was ist das denn da wieder mit? Das ist so kacka. Großes, großes Kacka ist das gerade. Ja? Ja. Das ist doof. Kacka. Ja, so könnte man sagen. Das heißt, du hast das jetzt Richtung, ähm, äh, Richtung Campingplatz oder wo? In welche Richtung? Oder in... Ähm, nee, andere Richtungen. Ach da, ich sehe es schon. Ja, ja, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Hier ist ein Loch im Boden. Es sind mehrere Löcher im Boden. Reichen vier zwischen den großen Bäumen? Weißt du das? Oder wirklich fünf Abstand lassen? Was würdest du machen? Bäh... Du hast jetzt fünf gemacht, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Weiß ich nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vier reichen. Aber mach doch zur Sicherheit fünf. Ist das denn so ein großes Problem? Ja, das Ding ist, ähm, wir kriegen die sowieso nicht alle unter hier. Wohl so, wie es aussieht. Huch. Naja, du kannst... Hast du ja hier auf der anderen Seite noch ein bisschen freies Feld, oder nicht? Ach doch, es könnte passen hier. Ach, guck mal, das passt, wenn ich vier Abstand nehme. Nein, nein, das kriegen wir hin. Das ist okay. So, die Kohle lasse ich da ganz bewusst drin. Mhm. Ach, du hast da Kohle drin gelassen? Ja. So, als Dünger, damit die Bäume besser wachsen. Genau. Ne, wir machen vier. Wir machen alles vier Abstände. Okay. Oh, zack, da ist ein Baum gewachst. Echt? Ja, hier. Yay! Eins, zwei, drei, vier. Interessant, interessant. Ein, zwei, drei, vier. Dann halt mal gucken, ob es wächst. Wenn nicht, kann man das immer noch ändern. Ja. Ähm, eins, zwei, drei, vier. Kann eigentlich schon mal vorne einen Baum hinstellen. Also, das heißt, einen eigentlich mehrere. Damit, äh, die wachsen und wir selbst Dinge bekommen. Ja, ob man auch ganz klar sieht, irgendwie das funktioniert oder das funktioniert so nicht. Nein, ich hab eine Baumart vergessen. Was denn? Die Akazien? Ja. Doch, Akazien? Ja. Äh, die kriegen wir hier nicht mehr runter. Na, sowas. Was machst du nur da oben? Oh, ich wollte mir einen besseren Überblick verschaffen. Das ist ja mal blöd. Oh, ist das blöd. Das ist blöd. So blöd. Man könnte hier vielleicht hinpacken, aber das ist nur so eine kleine Reihe. Naja, das kriegen wir schon hin. Irgendwie kriegen wir das doch schon runter. Ne? Oh, oh, da ist aber einer gewachsen hier. Oh, der Part ist zu Ende. Oh, oh ja, wir haben schon ordentlich überzogen, glaube ich. Oh, ja, aber ordentlich. Okay, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir und gucken am nächsten, ob es wächst. Okay. Also bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.